die projekte kommen mal wieder nicht vorwärts und ihr wisst was das heißt ich habe mal wieder etwas aus der bauteil kiste gegriffen oder bausatz kiste muss ich ja sagen und herr die tüte hier lag oben die glaube ich schon ein paar jährchen da drin aber immerhin steht halbwegs drauf was das sein soll m ht5 traffic light kit chinesisch und englisch also offensichtlich irgendwas was eine ampel machen soll okay wir haben auf jeden fall eine platine dabei wir haben eine menge widerstände paar transistoren leds in grün gelb und rot das passt irgendwie zur ampel was mich aber so ein bisschen wundert das sind hier diese 27 segment anzeigen die sind nämlich tatsächlich wohl ein bisschen komplizierter und ein stc mikrocontroller also ein 80 51 basiert ist das ding für den zusammenbau von dem kit ist das eher uninteressant weil hey das ding ist vorprogrammiert funktioniert aber wir wollen ja nicht nur wissen wie man zusammenbaut sondern auch irgendwie so ein bisschen ergründen wie das ding am ende hintendran funktioniert allzu komplex wird es wahrscheinlich nicht seine ampel ist jetzt kein so komplexes ding jedenfalls nicht wenn man sie bastelt in der realität sieht es natürlich anders aus mit redundanzen und allem möglichen hoffe ich jedenfalls dass sie das immer noch so machen aber packen wir mal aus und gucken was wir haben offensichtlich ein paar mehr bauteile und die tüte mal da lassen wegen dem qr code nicht dass wir die noch brauchen interessant schon mal das ding hat ein usb kabel dabei das praktisch um sich ein bisschen arbeit zu sparen und die basteln batterien zu suchen so ich sortiere das magier gerade und dann gucken wir gleich mal weiter okay und jetzt haben wir alles auch mal so ein bisschen sortiert wir haben jeweils fünf grüne rote und gelbe leds fünf millimeter standard leds nichts großartiges wir haben zwei unterschiedliche arten von diesen tht widerständen einmal vier stück und einmal mehr stück welcher widerstand das ist gucken wir dann später mal die farben hier auf diesen blauen sind meistens nur sehr schwer zu erkennen also ob das jetzt ein braun oder rot sein soll ist dann immer ein bisschen fraglich wie schon erwähnt das usb kabel zusammen mit einer buchse hier dass wir das ding mit strom versorgen können wir haben vier taster drei widerstände in diesem to 92 paket das sind alles die 85 50er 85 50 müsste glaube ich normaler npm bipolar transistor sein dann haben wir das hier sind zwei elko einmal haben wir hier den kleinen das sind zehn mikrofarad bei 25 volt und der große sind ebenfalls 25 volt mit 100 mikrofarad da wir nur fünf volt haben definitiv ausreichend wir haben ein quartz mit 12 megahertz soweit das hier erkennbar ist ich weiß nicht ob es auf der kamera so sichtbar ist und interessanterweise drei von denen hier mit 22 drauf das sind keramik kondensatoren zwei stück wäre mir noch klar gewesen weil zwei stück brauchen um den quarts zum schwingen zu bringen das ist eine relativ gängige hausnummer die 22 pico farad die wir hier haben wieso es drei sind gute frage vielleicht einer einfach auf reserve nachher mal gucken ein bisschen obskur ist das hier das ist ein widerstandsnetzwerk a 103 das heißt 1 0 und 3 0 hintereinander das sind zehn kilo ohm und ich habe es jetzt noch nicht gemessen aber wahrscheinlich ist es so dass wir einen common haben hier und jeder andere ist dann im prinzip ein 10 kilo ohm widerstand zu diesem einen hier das ist jedenfalls so eine gängige bauform wird auf jeden fall interessanter mal zu gucken wofür sie das benutzen denn ich hätte jetzt eigentlich die hier als led vorwiderstand erwartet und zehn kilo ohm ist auch ein bisschen viel als vorwiderstand also das könnte schaltungstechnisch interessant sein ansonsten dann hier oben noch auch für den schaumstoff wie gesagt eine doppelte sieben segment anzeigen wobei es eigentlich keine sieben sondern acht segmente sind wir haben sieben dezimal punkt und damit können wir mindestens mal alle zahlen anzeigen teilweise auch ein paar buchstaben und dann den hier das ist das hirn des ganzen ein stc 89 c 52 rc ich blende es euch unten ein das wird ein 8 bit microcontroller auf 80 50 basis sein vorprogrammiert natürlich und im prinzip steckt die ganze logik hier drin das heißt also dieses ganze ampel schalten löten wir im prinzip gar nicht zusammen sondern das ist alles software passend dazu dann noch einen hier sondern sockel mit federn drin das heißt man kann auch jederzeit das ding hier rausziehen und könnte es zum beispiel auch irgendwie anderweitig auf dem breadboard oder so stecken und mit einer neuen software bespielen wenn man also die ampel manipulieren möchte hat man hier die chance dazu ja das bord selber sieht halbwegs gut beschriftet aus hier mal gucken wir haben hier unsere dc buchse unsere vier schalter die leider nur eine chinesische beschreibung haben 12 mhz mit den 22 pf wie wir es erwartet haben dann haben wir alles auseinander gerissen zwei elektrolyt kondensatoren der chip hier das hier wird wahrscheinlich dann das widerstandsnetzwerk hier sein und dann jede menge 510er das sind die wovon wir so viele haben interessanterweise kein anderer wer hat auch hier 4,7 kilo ohm also man ist offensichtlich sehr gnädig gewesen mit den ganzen bauteilen denn wenn wir hier mal drüber gucken okay da ist man scheinbar sehr gnädig gewesen mit den bauteilen machen wir gerade noch weiter wir haben hier jeweils drei leds nebeneinander ich wette schon das sind drei ampeln jeweils mit rot gelb und grün und in der mitte dann unsere sieben segment anzeige was mich so ein bisschen jetzt überrascht hat ist tatsächlich dass wir teilweise deutlich mehr bauteile haben wir haben zum beispiel vier leds die wir einlöten müssen haben aber jeweils fünf dabei heißt also eine reserve wir haben hier von den 4,7 kilo ohm widerständen zwei stück auf dem bord vier stück dabei transistoren zwei stück müssen einlöten drei sind dabei also ein bisschen was an reserve hat man durchaus dabei auch die 22 pico hat man einen mehr als man braucht lediglich die etwas teureren sachen wie die schalter der buchse helcos widerstandsnetzwerke hier der quarz und diese ganzen sachen hier oben die hat man nur einmal dabei da muss man so ein bisschen aufpassen wobei die jetzt auch so prinzipiell ein bisschen weniger empfindlich sind gut holen wir uns mal die anleitung vor mal gucken ob die ja das gummi löst sich schon ein bisschen auf mal gucken ob die auch auf englisch hier drin ist auf jeden fall relativ groß das ist mehr plakat als anleitung sekunde ok sie ist nicht auf englisch dabei aber wir sehen auf jeden fall hier schon mal schön ich hätte mal dass das selbe sein im kompletten schaltplan wie das ding verschaltet ist da können direkt mal gucken wo unsere zehn kilo ohm hingehen oder auch nicht oder doch ernsthaft die haben anscheinend wirklich nur die zehn kilo ohm als pull up für die taster und benutzen einfach nur vier von den acht stück die wir eigentlich haben ok bisschen verschwendung aber kann man tun rückseite aber noch mal die übliche tabelle wie ist ein widerstand wie kann man die berechnen was aber doch hier unten ich wollte gerade sagen was aber nicht passt weil wir keine drei bändigen sondern oder vier sondern fünf bändige haben aber auch das ist hier entsprechend erklärt gut plus die liste hier oben und ein bisschen anleitung 1 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1 also wo wir entsprechend mehr dabei haben was mich jetzt gerade wundert hier ist nur plus 1 habe ich irgendwann 47 kilo ohm vergessen wo versteckt er sich denn interessant entweder bin ich gerade blind oder die angabe hier stimmt nicht denn hier ist r1 r 26 r 27 26 27 wo ist r 1 ich sehe es nicht ach hier unten drunter never mind da hatte ich jetzt nicht geguckt okay das könnte reset dann zum beispiel sein anyhow ich hole mir mal die englische anleitung gucken wir mal ob die ähnlich gut ist oder ob man da ein bisschen raten müssen ich meine es ist wahrscheinlich nicht schwer das ding hier ist halt für einsteiger gedacht und da zähle ich nicht ganz so darunter der barcode rückt meine seite hier raus der aber irgendwie link nur hat der rest sind andere bauteile und wenn ich dem link folge dann soll ich hier irgendwie auf chinesisch wohl benutzernamen und passwort eingeben nein ja und ich habe gerade noch mal geguckt die englische anleitung die hier verlinkt ist mit dem qr code die existiert wohl nicht mehr dieses wo ist der text war offensichtlich ein kommentar von jemand anderem der da schon auf das problem gestoßen ist allerdings der händler wo ich es gekauft habe der hat das ganze irgendwie als jpeg bild zumindest noch drin von daher hey ich weiß zumindest grob was es tut das meiste davon ist nur beschreibung wie man das bedient am ende zum zusammenbau ist lediglich so grob beschrieben guckt auf die werte guckt hier bei dem darauf dass die beschriftung in richtung chip zeigt und bei den ganzen komponenten ist jeweils der das lange beinchen plus wobei ich da meinen stern dran machen würde denn naja also bei den leds ist es schon eher schwierig zu erkennen wo plus sein soll und hier bei dem c4 das bloß überhaupt nicht hingemalt also schwierig auch sonst ist keine reihenfolge und nix vorgegeben womit das ganze kit hier für einsteiger in meinen augen jetzt eher nix ist einfach weil es sehr umständlich ist aber gut umständlich können wir auch wir wissen ja grob was wir tun das heißt wir löten das ding einfach mal zusammen fangen wir mit den widerständen an weil das sind die flachsten bauteile dann kann man das ding noch halbwegs hinlegen und die mit der wenigen anzahl das dürften die 4,7 kilo ohm sein ich werde es jetzt gar nicht erst nach messen einfach raus machen aus dem ding durch stecken eventuell ein bisschen biegen dass sie nicht direkt raus fallen und dann gleich von der rückseite verlöten nur die anderen beiden hier und da unten wie gesagt es ist einer mehr drin das steht ja auch jeweils da mit dabei von daher das passt dann schon da kann man sich ganz gut an der liste orientieren die sind jetzt zum glück arabische zahlen die können wir hier bei uns auch noch lesen mit dem chinesischen text tue ich mich da irgendwie ein bisschen schwerer gut die anderen widerstände dieses große band hier das dürften dann die ganzen 510er sein die hier überall verteilt sind also rein damit und danach löte ich und suche mir auch glaube ich mal irgendwas zum schneiden sonst wäre das nämlich ganz schnell unübersichtlich und für die die es nicht gemerkt haben oder nicht wissen bei diesen widerständen gibt es keine polarität das heißt also die kann man im prinzip einbauen wie rum man möchte es empfiehlt sich alle in die gleiche richtung von den farben hier einzubauen dann ist es später wenn man fehler hat einfacher den zu finden ich habe es jetzt hier schon eventuell bei den beiden ein bisschen verpennt schöner wäre gelb nach rechts gewesen aber wie gesagt funktionsmäßig ist das egal und solange man hier drauf aufpasst die richtigen an der richtigen stelle einzulöten ist das auch wurscht und naja wir haben nur zwei unterschiedliche werte ich glaube das sollte machbar sein da einfach ein bisschen drauf zu achten das heißt also eine wirkliche fehlersuche erwarte ich jetzt hier auch eher nicht was im übrigen besser ist als hier so rausziehen wie ich das gerade mache ist die abzuschneiden rauszuschneiden dann hat man nicht hier diese enden wo klebzeug dran ist gibt leute die schwören darauf hier sind die löscher ohnehin so groß dass das klebzeug mit durchgeht und gelötet wird da eh nicht von daher stört mich das jetzt nicht wieso geht es einfacher ok alles drin also zumindest mal von dieser bauteilsorte dann suchen muss man lötkolben ein bisschen lötsin löttemperatur geschmackssache 280 90 bis hoch in die 300er je nachdem was man hat ich habe hier bleifreies lötsin das braucht tendenziell eher mehr ich habe jetzt hier so 340 350 grad ist eigentlich ein bisschen warm aber hier so reicht das und was man dann am ende macht ist lötspitze dran halten so dass die den ring und das weinchen berührt so eine sekunde warten dann das lötsin zuführen das ist schön schmilzt und nach einem kurzen moment wieder weg holen dann ist das ganze fest verlötet wenn es nicht sauber funktioniert kann es sein dass ihr entweder eine zu tiefe temperatur habt oder eure lötspitze nicht mehr in ordnung ist oder was auch ganz gerne vorkommt zu günstiges oder zu einfaches lötsin denn hier dieses lötsin das ist einfach nicht das ist nicht nur einfach zinn was wir hier haben sondern innen drin ist bei den besseren wie ein oder mehrere streifen mit sogenannten flussmittel drin das sorgt dafür dass das ganze wie der name schon sagt besser fließt das ist das was dafür sorgt dass das hier wirklich dann immer die gesamte lötstelle erwischt und nicht nur an einer stelle ist lötdämpfe im übrigen nicht ganz so gesund vielleicht jetzt nicht direkt einatmen so mit etwas glück habe ich nichts vergessen drüber schauen gut aus dann suche ich mir mal einen kleinen elektronik seiten schneider um die beinchen zu entfernen dann haben ein bisschen mehr platz beim abschneiden sagt man üblicherweise nicht direkt auf der lötstelle andererseits sagt man dass man auch nicht so hoch biegen soll wie ich das gerade mache man sollte halt nicht die lötstellen selber mechanisch zu sehr belasten hierbei ist es jetzt denke ich kein so großes problem einfach weil hier das sehr dünne beinchen sind die sind sehr weich und entsprechend ist da die belastung die wir auf die lötstelle geben relativ gering aber gerade wenn man mit dickeren beinchen oder so arbeitet ein bisschen aufpassen dass man da eventuell nicht zu viel macht und wie ihr gerade eventuell gesehen habt vielleicht ein finger aufs beinchen halten die können schon mal eine runde fliegen gehen wenn man da ein bisschen zu sehr beim abschneiden nicht aufpasst okay so wenn wir das haben können wir einfach uns nächsten bauteile aussuchen wie wir wollen was am tiefsten aussieht von der bauhöhe das macht es halt meistens einfacher weil man dann das ding hinlegen kann und hier unten musste ich gerade mal gucken die zeichnung zeigt zwischen den beiden hier dass wir das auch richtig rum einbauen weil man könnte es natürlich auch hier so rum einbauen und das wäre dann eventuell ungünstig das heißt also da die augen aufmachen auch bei denen hier ist es egal wie rum und machen wir den quarz noch mit dem ist es im prinzip auch egal wie rum wir das machen der passt ja hier muss man eventuell aufpassen wenn man den hier so flach drauf lötet kann es teilweise probleme geben manche gehen deswegen hin und lüten den so ein bisschen in der luft fest ich mache es meistens komplett runter in den meisten fällen funktioniert es da muss man schon sehr schlechtes borddesign haben denn wenn wir hier mal gucken der hat auf der rückseite im prinzip so ein ring um das beinchen wo nichts mit metall ist und solange das größer der ring hier drin größer ist als der ring hier unten ist das kein problem so ist der abhanden gekommen hier und machen wir noch den dings mit rein die dieses resistor array was wir da haben diesen langen da muss man aufpassen der hat eine richtung und zwar die offizielle beschreibung ist der text in richtung vom chip die korrektere beschreibung wäre wenn wir drauf gucken haben wir eine seite die mit einem punkt gekennzeichnet ist das ist der erste pin und der ist meistens auch auf der platine gekennzeichnet hier in dem fall hier oben der erste pin der ist zum einen viereckig statt rund und er hat noch mal so ein eck außenrum auf dieser weißen bedruckung angezeichnet so kann man es auch erkennen das heißt also den so rum da rein und den sollte das passen sonst noch irgendwas dünnes was wir drauf machen können machen wir den rest gleich so next machen wir die schalltaschen rein die sind in eine richtung ein bisschen breiter als in die andere das heißt also wenn wir hier drauf gucken die sehen zwar im ersten moment gleich aus aber dadurch dass die Beinchen rechts und links raus stehen jetzt von uns aus gesehen ist das rechts links ein bisschen breiter und das ist auch so wie es hier rein gehört wir sehen hier sind die Beinchen so ein bisschen außerhalb da muss man eventuell ein bisschen drücken und biegen dass die da rein passen das ist immer so dadurch dass die so selber schon ein bisschen gebogen sind ein bisschen problematischer gerade wenn die der packung halt ein bisschen zusammengedrückt worden oder so passt das nicht mehr direkt im zweifelsfall also mal gucken an welcher stelle es hängt und das ein bisschen in die richtige richtung biegen dann sollte man aber da das relativ einfach da rein bekommen machen wir noch den kleinen hier rein bei dem der weiße streifen zum weißen streifen oder das lange beinchen zum plus kommt aufs selbe raus und den nicht ganz festmachen denn der liegt hier ja im prinzip am ende in dem sockel hier drin den wir haben das heißt also den sollten wir besser hier so irgendwie schon mal hinlegen gucken dass wir das entsprechend lang genug haben dass das am ende auch funktioniert mit dem hinlegen okay machen wir die transistoren die haben eine flache seite und eine runde seite überraschung hier haben eine flache und eine runde seite wie rum die reingehören sollte da denke ich klar sein den hier noch mit rein auch hier die weiße fläche auf die weiß straffierte fläche bei hier den muss man eventuell so ein bisschen drücken dass der am ende auch wirklich da ist sieht man hier zum beispiel schön dass der wackelt hoffe ich dass man sieht das ist weil der kondensator höher ist als dieses ding hier deswegen sagte ich eben eventuell erst das einlöten was tiefer ist und ich glaube ich mache tatsächlich hier den kondensator noch nicht rein sondern löte erst die buchse fest einfach dass die sauber gerade auf liegt und dann können wir im nächsten schritt das ding machen jetzt kann ich nämlich die platine hier oder die buchse komplett unten gegendrücken weil einfach das ding in form von diesem kondensator hier nicht so hoch steht und da im weg ist trotzdem irgendwie runterdrücken und gleichzeitig löten im zweifelsfall holt man sich einen dazu der da unterstützt oder es gibt so dritte hände das sind kleine metall dinger die dann klammern dran haben und das ganze festhalten können geht auch an der stelle hilft da auch so ein kleiner trick und zwar die ganze platine ist ja blau das ist nicht einfach nur dass es gut aussieht das ist sogenannter lötstopplack da wo blau ist fließt lötsinn ungerne hin und gerade wenn man gutes flussmittel hat das heißt entweder ein lötsinn was flussmittel drin hat ein gutes oder es gibt das auch extern zum dazu machen dann kann man hier im prinzip so dran gehen und das fließt wirklich nur auf diese metallen pads das heißt also man hat nicht das problem dass das hier kurzschlüsse gibt obwohl das relativ dicht beieinander ist trotzdem hilft es da wenn man gelötet hat nochmal sehr genau hin zu gucken dass da auch wirklich nichts dazwischen ist und einen kurzen schluss macht und wenn wir so einen haben dann funktioniert es am ende nicht mehr so berauschend gut was haben wir noch alles den hier den wollten wir eben rein haben im prinzip können wir den sockel hier auch schon einsetzen man muss mal gucken der sockel hat auf einer seite so eine kleine einkerbung auf der anderen nicht und auch hier ist eine kleine einkerbung dann entsprechend vermerkt dass du da reinsetzen auch hier muss man gucken hier geht es meistens wenn ihnen so ein schaumstoff sind sind die pins gerade wenn das ding irgendwie lose ist kann es natürlich auch mal sein dass so ein paar pins hier verbogen sind dann passt das leider nicht so schön hier rein dann muss man erst durchgehen und das ding wirklich anfangen und versuchen gerade zu biegen bis dass das ding halbwegs passt auch hier komme ich nicht ganz hin das ist schon wieder der kondensator er ist jetzt auch egal das hier ist ein relativ großes ding da ist das nicht so ein problem da kann im zweifelsfall einfach was drunter legen was das noch mal hoch drückt so dass hier die lötstellen und die pins vor allen dingen vom gerät auch da durchkommen wenn man mal eins gelötet hat ist es eh egal dann hält das ganze oder welche die diagonal nicht digital dann kann das ding auf jeden fall nicht verschwinden so fehlen eigentlich nur die leds oder ich meine schon ach ja und natürlich die sieben segment anzeige die ist ja leider nicht in so einem sockel drin die müssen wir direkt darauf machen bei den leds und dem teil hier muss man ein bisschen aufpassen die halten gegebenenfalls zumindest wenn es günstige sind und davon gehe ich hier eigentlich aus nicht ganz so viel aus mich jetzt gerade so ein bisschen wundert wo ist denn rot und gelb ich würde jetzt spontan schätzen rot ist oben aber sicher ist sicher wenn wir zum glück ein bild und links und rechts und unten und oben das heißt also das mit dem i ist ein rot gut zu wissen so und was haben wir gelernt das lange beinchen hier von der led was länger ist das ist plus und ja und plus eingezeichnet ansonsten wo man gucken kann von unten drauf guckt dann ist die rundung auf einer seite abgeflacht das ist ja auch angezeichnet und so dann hier entsprechend rein und bei den leds kann man jetzt wenn man sie eingelötet hat noch mal gucken ob alles gerade sitzt hier die grüne ist ein bisschen schief dann können wir die noch mal auf der einen seite warm machen von der anderen gerade ziehen wie gesagt ein bisschen aufpassen allzu viel hitze halten sie gegebenenfalls nicht aus das sieht mir gerade genug aus für meinen zwecke von daher löten wir so fest ok und last but not least die anzeige hier da sind punkte eingezeichnet die punkte natürlich dann in die richtung wo es auch eingezeichnet ist auch hier gilt eventuell muss man ein bisschen biegen weil die pins nicht immer so gerade aus der packung rauskommen gut aus und ein paar letzte lüt stellen wenn hier das bord so ein bisschen weg kippt kann man auch immer ein bisschen was drunter legen dass das bisschen gerader liegt das macht es meistens einfacher ok das soll es gewesen sein die restlichen bauteile die kann man sich mal weg legen die kann man immer wieder brauchen und was die beinchen angeht das ist so ein bisschen fraglich am besten guckt ihr mal oder klärt ihr das mal mit eurem lokalen abfall entsorger in den meisten fällen ist es elektroschrott einfach weil hier verunreinigungen drauf sein können gerade bei älteren bausätzen ist da teilweise auch blei oder andere hochgiftige sachen dabei oder schwermetalle wie giftig ist es dann relativ einige erlauben es auch im restmüll aber klärt es am besten vorher noch mal ab ansonsten kann man die auch wunderbar sich weg legen denn wenn man selber platinen macht oder wie hier so punkte hat kann man die zum beispiel wunderschön auch benutzen und recyceln um dann hier solche verbindungen reinzulöten brauchen wir sonst noch irgendwas eigentlich nicht das heißt wir können hier mal die schutzfolie abmachen die nervt am ende eh nur so und ja den prozessor sollte man vielleicht noch einbauen auch hier gilt diese nase die wir hier auf der einen seite drin haben kommt mit dieser kleinen aussparung bei mikrocontrollern und leds und so sollte man im übrigen aufpassen dass man elektrostatisch nicht geladen ist wenn man es professionell machen will hat man eine spezielle tisch folie man hat ein armband an und so weiter wie unschwer zu erkennen ist habe ich das hier jetzt nicht in den meisten fällen ist es kein problem wenn man nicht gerade auf teppichboden läuft oder wie hier in so plastik rum hantiert wenn ihr sicher gehen wollt packt irgendwas aus metall an irgendwelche elektrogeräte wie computer oder sowas die sind fast immer geerdet und sorgen dann dafür dass wenn euer körper irgendwie geleitend ist oder eine elektrostatische aufladung hat das abgeleitet wird sicher ist sicher die meisten geräte heute halten das heutzutage eigentlich aus aber lieber einmal zu viel irgendwo dran gepackt und geerdet als am ende drüber geärgert dass nichts mehr geht so das hier rein zu kriegen ist teilweise auch ein bisschen interessant denn die pins wenn wir von der seite gucken stehen so ein bisschen nach außen die sollten aber gerade sein bei mir passt jetzt nicht das heißt ich lege den hier so auf den tisch und bieten einfach so ein paar millimeter nach innen beiden seiten jeweils dadurch dass man flachen tisch haben sollten die sich auch alle halbwegs gleich biegen und nicht zu schräg werden dann versuchen wir das nochmal und das sieht besser aus das braucht ein bisschen gewalt aber ach nee moment mal wir sind gar nicht drin sieht besser aus sagte er und hat es trotzdem nicht reicht noch nicht so war das jetzt zu viel nein das passt ok jetzt ist der chip drin und im prinzip sind wir damit fertig wir haben dort ein usb kabel dann können wir doch direkt mal testen oder normalerweise würde ich jetzt sagen okay wir testen erst die spannungsregulierung und solche sachen bevor wir den chip reintun aber hier ist nichts wirklich drauf der chip wird mit 5 volt laufen weil wir haben halt nichts was das ändern kann usb gibt 5 volt üblicherweise aus von daher bleibt nichts anderes als einzustecken und zu hoffen dass kein rauch rauskommt wo haben wir denn hier einen usb port äh da ok dann schauen wir mal was er macht haben wir eine ampel oder haben wir keine ampel strom an wow wenn die ampel so aussieht dann wäre das seltsam das hier kommt schon hin rot von den beiden seiten grün zu den beiden und die läuft im timer runter das heißt nach 30 sekunden dürfte die ampel wohl umschalten warten wir das mal ab ist auf jeden fall definitiv hell genug hier also das blendet schon fast also es ist offensichtlich keine deutsche ampel wenn wir jetzt mal drauf aufpassen eben ist leider die kamera ausgestiegen als er auf null war wenn wir jetzt so bei 5 ankommen dann fängt es hier an zu blinken ok bei 6 grün blinkt dann geht es auf gelb und rot so wie hier direkt auch grün also hier habe ich jetzt gerade kein rot gelb gesehen wie wir das in deutschland kennen na gut das ist dann halt so etwas was man mit einer neuen software natürlich korrigieren kann aber wir haben keine software von daher ist es halt dummerweise ein bisschen schwer aber gut gehen wir mal weiter was wir haben was können wir hiermit machen damit können wir in den nachtmodus schalten dann blinkt es einfach nur in gelb ok nochmal drücken dann geht er wieder an und hiermit können wir wenn ich das richtig gehört habe die zeit einstellen das heißt wir drücken den hier dann sind wir im zeiteinstellmodus können jetzt hier die zeit einstellen hoch und runter und wenn wir nochmal drücken läuft die zeit jetzt wieder das heißt jetzt haben wir nur noch 10 sekunden jeweils bis dass er umschaltet und ja das war's also zumindest von dem was die schaltung kann natürlich war es das noch nicht für uns denn wir wollen wissen wie funktioniert das ganze wie gesagt das meiste ist software das heißt wir haben einfach in der software einen timer drin der vom 12 megahertz hier unten einen sekundentakt ableitet der zählt dann hier eine variable runter die er hier ausgibt und entsprechend werden dann über wahrscheinlich ein paar if schleifen oder eine state machine heißt das dann die led ist passend gesteuert die hier die hängen ja sogar jeweils aneinander das heißt die beiden rechts links und die oben unten die sind beide wohl komplett parallel geschaltet würde mich sogar nicht wundern wenn die am selben hängen ne sie hängen nicht am selben pin das heißt man kann sie theoretisch auch einzeln ansteuern das ginge also tatsächlich wenn man die software ändert aber in der software wird es einfach dann heißen die eine richtung und die andere richtung und nicht alles einzeln gut gehen wir mal durch was wir haben glücklicherweise haben wir ja hier unseren schaltplan bekommen ich gehe einfach davon aus dass der stimmt denn üblicherweise sind die zu faul da irgendwas dran zu ändern von daher passt das schon so ich ziehe das mal aus weil wie gesagt das blendet schon passt dann machen wir mal hier gut oldschool und gucken was das ding so alles macht also fangen wir auf der einen seite an wir haben hier vcc das ist der mittlere pin hoffe ich zumindest von dem hier gerade mal gucken ja der mittlere pin ist vcc das heißt also da kommen unsere 5 volt raus die gehen auf einen 10 das macht keinen sinn ach doch ok alles gut die hängen hier auf einem 10er das ist der unten drunter und einem ok ich bin jetzt gerade ein bisschen am schwimmen gewesen weil anscheinend ist der chip hier funktioniert anscheinend andersrum wie die die ich kenne die meisten chips die ich kenne haben ein not reset der muss auf plus gehalten werden dass der chip hier läuft hier ist es anscheinend anders der reset ist hier nämlich verbunden hier steht bei beiden rst und was der hier hat der hat ein pulldown gegen erde das ist der 4,7 kilo ohm der hier unten drunter liegt und auch der 10 mikrofarad der ist einfach nur da um den reset zu stabilisieren finde ich ein bisschen overkill aber ok ist halt so da drin dann haben wir unten x1 x2 auch die hängen direkt hier unten an unserem mikrocontroller dran mit dem 12 megahertz quads den 22 picofarad kondensatoren gegen erde ist auch klar das heißt also der teil hier sorgt dafür dass unser controller nicht resettet der teil hier sorgt dafür dass unser controller einen takt hat takt brauchen wir zum beispiel um die sekunden am ende raus zu bekommen was haben wir sonst noch ein kleinkram wir haben hier ein vcc was einfach auf zwei pins geht hier ein ground was auf zwei pins geht das ist einfach hier diese lötflächen kann man ein kabel anlöten oder sowas brauchen tut man es im normalbetrieb nicht dann was haben wir dann schönes wir haben die taster hier unten jeder taster ist erstmal gegen erde verbunden auf einer seite das heißt die ziehen gegen ground dann haben wir die andere seite die geht auf die pins ich kann es nicht lesen 31, 32, 33, 34 wahrscheinlich oder sowas in die richtung das sind die hier das heißt also wenn wir hier einen taster drücken dann wird der pin vom mikrocontroller gegen erde verbunden und so merkt er dass da was gedrückt wurde wir haben nur noch ein problem wenn wir loslassen haben wir ja gar nichts dafür ist der hier das ist dieses teil hier wenn ich richtig tippe jedenfalls nach dem was hier eingezeichnet ist und der sorgt einfach nur dafür dass wenn nichts gedrückt ist diese strecke hier die auch hier auf dem pin raus kommt über diese 10 kilo ohm mit vcc verbunden werden das heißt also wenn wir nichts drücken haben wir über die 10 kilo ohm hier vcc auf den ganzen pins also ein high pegel wenn wir aber einen taster drücken dann zieht er das hier gegen ground die 10 kilo ohm können dann nichts ausrichten das heißt der minimale strom der hier über die 10 kilo ohm kommt der fließt gegen erde ab weil hier quasi 0 ohm sind und entsprechend kann der hier merken okay 0 ohm der taster wurde gedrückt und in der software passend darauf reagieren so was haben wir sonst noch wir haben unsere leds hier oben das sind die traffic lights die wir rechts und links und oben und unten drunter haben das sind einfach drei leds jeweils die auf der einen seite mit vcc direkt verbunden sind und auf der anderen seite dr d y gerade mal gucken wo kommen die denn raus also die kommen hier überall raus direkt am mikrocontroller über einen widerstand das sind unsere 512 ohm oder was waren es 510 ohm dann entsprechend direkt in den mikrocontroller rein und der mikrocontroller selber der kann entweder den pin auf einen highpegel legen dann passiert nichts weil wir haben 5 volt die gehen durch die diode gehen durch den widerstand und treffen wieder auf 5 volt da passiert nichts da ist ja kein unterschied wenn der hier aber 0 volt also ein lowpegel ausgibt dann ist das im prinzip wie ground hier an der stelle und dann fließt strom durch die led durch den widerstand Richtung ground und entsprechend strom durch die led heißt auch sie leuchtet ein bisschen unschön hier an der stelle ist dass für alle farben dieselben widerstandswerte benutzt werden das haben wir eben eventuell auch gesehen dass die gelben leds deutlich dunkler sind als rot und grün gerade die roten die sind sehr effizient was das angeht die grünen die werden zum beispiel vom auge oder der kamera besser wahrgenommen deswegen erscheinen die auch heller aber die gelben da hätte man gerne ein bisschen den widerstandswert ändern können das hieße aber natürlich man hätte noch ein dritter wert gehabt von widerständen und das wollte man wahrscheinlich vermeiden fehlt im prinzip nur noch eins achso nevermind das hier das brauchen wir im prinzip nicht groß zu gucken das hier ist einfach nur das schaltsymbol für hier unseren stecker den hat man auch eingemalt mit den 100 millifarad ein mikro farad dahinter millifarad war ein bisschen viel in der größe das ist einfach nur der kondensator das ist einfach nur zum stabilisieren das heißt wenn wir hier ein langes usb kabel haben oder ein schlechtes netzteil und hier gehen leds blinken mal wird strom gebraucht mal nicht dann muss der strom quasi nachfließen das ist die impedanz die es da gibt und der hier gleich das nachfließen so ein bisschen aus das ist im prinzip wie ein lokaler kleiner speicher um so kleine spannungsänderungen hier draus zu bedienen sodass es da nicht einfach so einen großen ruck gibt wenn wir einen ausschalten last but not least der hier der ist ein bisschen komplizierter das ding ist nämlich multiplex das heißt also wir haben im prinzip hier erstmal unsere pins auf der einen seite die reihen und die korrespondieren im prinzip zur obere led links oben rechts oben mitte links unten rechts unten unten und der punkt das sind die acht stück die wir haben zählen wir mal gerade 1 2 3 4 5 6 7 8 ok wir haben acht pins aber der punkt ist nirgendwo hin verbunden wenn ich das richtig sehe das heißt den haben sie hier in der schaltung gar nicht angeschlossen können wir das nachprüfen da ist unser punkt und wenn wir hier gucken auf dem trace geht keine keine leiterbahn weg das heißt also den punkt können wir auch gar nicht ansteuern technisch in der schaltung für die anderen segmente die wir haben geht es jeweils weg und die kommen hier hinten raus das heißt also die gehen direkt auf den mikrocontroller im gegensatz zu den anderen leds ohne einen widerstand davor sondern einfach direkt rein aber moment mal wenn wir doch jetzt nur was für oben und unten haben woher weiß er ob wir die erste oder zweite zahl haben wollen das ist die sogenannte spalte oder column das heißt also wenn wir was ausgeben wollen müssen wir zwei signale schicken oder mehrere zum einen müssen wir das signal schicken meinen wir gerade links meinen wir gerade rechts und zum zweiten müssen wir die signale schicken was soll denn alles leuchten und die auswahl von der ziffer die wir ansteuern wollen die erfolgt über hier die beiden c1 c2 und das sind die dinger die über unsere wieder die transistoren hier unten laufen die 80 50er das heißt wenn wir gucken das geht hier raus c1 c1 kommt hier an und ist hier über diesen 80 50er der tatsächlichen pnp ist mit vcc verbunden das heißt also wenn unser mikrocontroller hier signal drauf gibt auf skate über den vorwiderstand dann fließt von vcc strom hier durch und auf die c1 rein ok habe ich mich eben tatsächlich vertan pnp nicht npm unterschied ist einfach nur pnp schaltet plus npm schaltet minus das ganze spart jetzt pins weil wir haben jetzt im prinzip hier unsere 8 pins plus 1 oder 2 jetzt für 2 stück aber wenn wir mal überlegen würden wenn wir alle einzeln machen würden dann hätten wir ja dann 16 unterschiedliche leitungen hier so brauchen wir nur 8 9 10 hat allerdings einen nachteil wir können nämlich immer nur eine leuchten lassen moment mal kann doch gar nicht sein wenn wir einstecken dann sehen wir doch das definitiv beide ziffern leuchten oder ja fast sie leuchten zwar beide aber nicht real denn ich weiß nicht ob ich das jetzt hinkriege das hier zu zeigen denn in wahrheit leuchten die nacheinander das läuft nur so schnell ab also er zeigt erst die 1 an macht die 1 wieder aus zeigt dann die 4 oder die zahl die runter zählt dann das läuft aber in realität einfach so schnell ab dass man das mit dem auge gar nicht sieht das ist dieses prinzip von diesem multiplexing was man hier halt nutzt um pins zu sparen tja und der bausatz bin so ein bisschen hin und her gerissen normalerweise es gibt natürlich verschiedene bausätze aber sie sollten halt irgendein ziel haben entweder dass man sagt okay man macht einen relativ einfachen bausatz um leute irgendwie in elektronik rein zu bekommen oder man macht einen bausatz mit einer technik die ein bisschen aufwendiger ist oder ein bisschen ungewöhnlicher ist um die da zu zeigen wie man die versteht oder man macht einen bausatz wo leute kreativ mit werden können aber der hier erfüllt irgendwie alles nicht so richtig kreativ mit werden naja das ganze ist eine software abgebildet und ich habe nicht gesehen dass man den source code irgendwo bekommt das heißt man müsste erstmal seine komplett eigene software schreiben was jetzt vielleicht nicht ganz so angenehm ist ungewöhnliche schaltungen das einzige was man in die richtung sagen könnte wäre vielleicht hier die das multiplexing von dieser zeitleiste hier aber ich denke wir sind uns einig dass das nicht hier wirklich der fokus ist man könnte jetzt sagen okay das ist ein demoboard für 8051 aber wenn es halt wirklich um den 8051er geht naja wieso zeigt man da nicht wie so ein 8051er auch programmiert wird oder so also auch dieser dieses themenfeld okay ich mache einen bausatz um irgendwas außergewöhnliches zu zeigen einen chip zu zeigen eine seltsame schaltung zu zeigen trifft ja auch nicht zu und für einsteiger prinzipiell ja so ein bisschen man kann es zusammen löten und hat am ende etwas was tatsächlich funktioniert das ist schon mal eine gute sache aber wenn es wirklich für einsteiger ist naja die anleitung selbst wenn man die englische holt oder die chinesische hier übersetzt da hätte gerne ein bisschen mehr info dabei sein können gerade sowas wie okay die widerstände ist egal wie rum man sie einbaut oder so tipps wie nach und nach der höhe nach einbauen das wäre denke ich ein bisschen sinnvoller gewesen das da noch einzuschreiben und auch sonst gerade hier bei den transistoren die pins sind relativ eng beieinander und es ist nicht notwendig die hätte man auch ein bisschen anders hier vom layout her machen können dass da ein bisschen mehr platz ist ein bisschen einfacher auch für grobmotoriker zu löten so kriegt man eher leute dazu das hier würde ich eher sagen schweckt so ein bisschen ab tja am ende wie gesagt mir fehlt da so ein bisschen die vision was dieser bausatz bezwecken soll klar man kann sich einen abend mit vertreiben aber zum wirklichen sinn oder was bei lernen kann man eher weniger das finde ich tatsächlich dann ein bisschen schade wäre schön gewesen wenn man die firme dabei gehabt hätte eine bessere anleitung dabei gehabt hätte oder sogar hingegangen wäre und diese komplette ampel schaltung dann mit weniger funktionen weniger komplex irgendwie in hardware tatsächlich abgebildet hätte mit gattern oder sowas aber man kann ja nicht so viel verlangen wie gesagt mir fehlt so ein bisschen die idee wofür der gut sein soll man kann aber sich damit zeit vertreiben und am ende hat man eine ampel und das ist ja das was sie versprechen also offensichtlich tut's was es soll